Wir sind heute hier in Ansbach, und zwar bei der Eröffnung des neuen Media Lab hier in Ansbach. Vor vier Jahren wurde eines in München gegründet, sehr erfolgreich. Deshalb wollen wir gerade hier am Standort in Ansbach, wo wir mit der Hochschule, mit einer Medienfakultät gut aufgestellt sind, diesen innovativen Ansatz weiterentwickeln. Was heißt Media Lab? Media Lab heißt, die Chancen der Digitalisierung und kreative Ideen aus dem Bereich der Medien zusammenbringen. Also neue Geschäftsmodelle, neue innovative Ideen im Bereich der Mediengestaltung, im Bereich der Medienverbreitung auf die Straße bringen. Also junge Gründer, die eine gute Idee haben, dabei unterstützen, ihnen auch das Handwerkszeug geben, ihnen einfach die Möglichkeit geben, ihre Idee auszuprobieren. Mit dem Ziel natürlich, dass am Ende Unternehmen entstehen, Start-ups entstehen und Arbeitsplätze hier in der Region.